Auf zur Aufnahme! Hast du ein schönes Messer? Ja, jetzt habe ich ein Messer und Messer in ihm. Zack, zack, zack. Krass, die leisten überhaupt gar keine Gegenwehr. Nee, das ist irgendwie, also mit dem Messer sind die sehr leicht. Oh, sehr gut. Dein Aiming ist aber auch nicht schlecht, also. Ja, ich übe Tag und Nacht. Boah, das war gute Arbeit. Aber mit dem Zielfernrohr ist es wirklich besser, also. Ja, definitiv. Das hotte Hü. Ah, da ist der Hinweis drin. Ja. So, aufgedeckt. Sehr gut. Oh, hier ist eine Kasse mit Kohle. Ja, dann hol sie dir. 50. Guck mal, ob du auch noch was rausholen kannst. Auch nicht. Nee, ach doch. Ja, ich konnte auch 50 rausholen. Alter, cool. 50 Tacken ist gar nicht schlecht. Alter. Fett geballert. Ich habe mich eben schon fast zurückgeduckt, weil dein Gewehr flog ihm durch mein Gesicht und ich dachte, was war das? Voll entgegengelaufen. Oh nein. Irgendwo ne Mutti. Oh. Ah, ich seh sie. Ich mach die mal platt. Es sind zwei, oh Gott. Ich laufe lieber. Oh nein. Oh nein. Oh, die erste ist weg. Gucken, wo es denn jetzt sieht. Ist auch hier. Achso. Oh, die verträgt da mal was. Mhm. Alter, wie sinds. Ich habe so eine Tante mit so einer Fackel weggeschossen. Wie die im Wecke flogen ist so. Sehr gut. Oh, wo ist denn jetzt schlank hier? In die Richtung, oder? Ja. Hier gibt es doch bestimmt wieder Hunde, oder? Das kann schon sein. Ich habe auch dran gedacht, das ist bestimmt so ein Hundegebiet. Mhm. Oh. Der sieht aber böse aus. Ach, der Dicke. Ich schmeiß mal eine Granate rein. Mhm. So, weg ist er. Alter, der, das haut ja echt rein. Ja. So, wo müssen wir denn hin? Ja. Ach da. Oh nein. Ah. Wollte ja gerade zur Hilfe kommen. Scheiße. Das ist eine Munitionskiste. Ah. Danke. Oh. Das wollte ich gar nicht. Ich wollte sagen. So, da drin ist auch so ein Hinweis, aber das brennt alles. Mhm. Ich weiß noch nicht, wie ich da von unten bin ich gar nicht reingekommen. Aber es ist hier draußen. Ja. Ach, alles klar. Jo, danke. Dann wollen wir mal gucken. Haben wir schon aufgedeckt. Mhm. Oh. Dann können wir jetzt ja die Richtung. Ja. Irgendwie hier diese Richtung, ne? Genau. Alter. Gott. Diese Freizeit-Zombies, hier gehen wir mal um den Sack. Ja. So. Mal gucken. Das ist jetzt hier irgendwo sein, ne? Genau. Ja. Wahrscheinlich warten da schon welche auf uns. Wolfskopf. Waffenlager. Ja, da drin ist es. Hm. Ich komme mal hinterher gelaufen. Ich glaube, da sind aber auch schon, es könnte sein, dass da schon Gegner drin sind. Oh ja. Die Baller geschossen? Ne. Das sind die Gegner. Ich frage mich gerade von wo. Ich glaube hier so. Oh Mist. Ich vermute mal, dass die da schon drin sind und den gleich verbannen, ne? Das kann auch sein. Das hört sich so an, als wenn die da drin kämpfen. Aber nicht mit der Knarre, sondern dass der die Messer hat oder so. Ich habe gerade gemessen. Achso, ah. Oh, da ist eine Mutti, links von dir. Okay. Jetzt wissen sie auf jeden Fall, dass wir hier sind. Das macht ja nix. Ich habe mal was reingeworfen. Sehr gut. Bist du das da? Ja, ne? Ja, ich laufe hier rum, wenn man hier rausgucken kann. Oh, ich habe was gehört. Warst du das? Ne. Ich glaube, die sind echt drin, ne? Hm. Ich werfe nochmal eine Granate rein. Ja, mach mal. Dynamitstange. Aber ich frage mich, wo genau ist es. Oh. Es brennt hier alles. Ich traue mich auch noch nicht so richtig. Ah! Alter, von hinten. Von hinten? Von hinten, ja. Alter. 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 Ich bin so perfekt. Alter, ich auch. Der war zwei Meter vor mir, nicht mal. Der kam gerade auf mich zu und bam. Konnt gar nicht abrücken. Ich hatte zu viel genauer Zeit.